drücke einmal hoch hä? wo ging das jetzt nicht? ok ich ahne schon so jetzt einmal rüber ach natürlich was kommt nun? na wo es kommt du kommst aber du bist bestimmt nicht alleine na wo sind deine kumpel? kommt sie ja da ist noch einer von dir na komm her geht mir den Sack oh ne die sich auch noch scheiße das ist eine Viech nein danach da ist er oh man oh man oh man oh man helfe so einmal auf ein bisschen los geben mein mein gott wie viele denn noch man komm stirb noch so einer noch so einer noch so einer noch so einer ja haben wir es dann endlich mal durch keiner mag arena kämpfe ja was lebt ihr doch noch sonst würde es jetzt ausgehen na gut na gut na gut na gut na gut stase ach mach einfach weiter wo ist denn wo ist denn na komm nein jetzt nimm den gehen geht muss hier hin hier wie ich ja na herzlich willkommen noch mehr noch mehr meine arena kämpfe machen echt keinen spaß so haben wir es dann endlich geschafft bitte so mitkommen zack rüber und noch mehr viecher ja mann ey auch da auch noch so nächste noch einer endlich ey haben wir es dann endlich mal geschafft bei solchen arena kämpfen da geht mir immer echt der spaß im spiel das blöde ist die wahrscheinlichkeit dass wir es in die nächste arena stolpern ist jetzt leider ziemlich hoch ja ich sehe doch schon dass das genauso eine selbe scheiße wieder ist ach du bist du bist fast da du musst die energiezufuhr zur brücke wiederherstellen um die marke zu bewegen sieh dich nach einer kontrollstation am ende der wartungsröhre unten ach ach nein jetzt auch noch zwei von den viechern ist das euer ernst das ist ja schon fast schlimmer als ein arena kampf hier aber mannen die kosten so endlich viel muni ne Als ob das sich immer noch lebt, Mann. Geh drauf, Mann. Und er lebt immer noch. Stirb! Der frisst immer so viel Muni, Mann. Das kann nicht euer Ernst sein. Stirb! Ist er tot? Ja. Muss er noch. Au! So, der ist auch tot. Ein Glück. So, jetzt eben nachladen. Mal da durchsensen. Natürlich überleben die Scheiße. Boah, wie geht das Spiel durch? Ich hab auch jetzt mal eine Pause, weil ich spiele. Bis zu kurzem, dass mir noch Spaß gemacht habe. Aber jetzt die letzte Zeit ist echt anstrengend. Ja, ich hab' noch niemals hier. Ein paar Schränke. Ach, das gibt's auch noch. Ich hab' noch niemals hier. Na komm. So. Ich hab' noch niemals hier. So. So. Dann haben sie es echt gut getroffen. Ich habe eh das Gefühl, dass wir das Spiel jetzt endlos die Länges schrecken wollen hier. Was kann man denn jetzt auch wie loswerden? Eigentlich nix. Ich brauche aber noch ein bisschen Munition. Gut, dass ich so viel Geld habe. Rebuckling. So. Wieder ein bisschen nachgerüstet. Das ist doch wieder eine Scheiße hier. Was war das denn jetzt? Hm. Ach, natürlich. Alter, das ist doch nicht mehr normal, was die älter Muni fressen, Mann. Übertreib doch mal voll dich. Eben nachladen. Deaktivieren sich bestimmt alle noch. Alter, der ist ja immer noch nicht tot. Wo muss ich denn noch ganz hin? Na komm. Na komm. Da ist ja immer noch ein bisschen die Scheiße da raus. Alles klar. Ähm, das ist doch auch nicht. Dann lasse ich das halt liegen. Und dafür bin ich jetzt hierher gekommen. Jetzt hab ich den ganzen Scheiße wieder nach hinten laufen. Und ich wette, dass sie wieder überall Viecher sind. Obwohl ich gerade die ganzen Räume gekleert habe. Mal durch. Sag ich doch. Ah, Gott, ey. Jetzt stirb doch mal. Noch zwei von denen, die wieder unendlich viel aushalten. Er lebt halt immer noch. Jetzt bleibt stehen. So. Das war ja wahrscheinlich erst die Hälfte von den ganzen Viechern, die mir jetzt noch entgegenkommen. Und da habe ich es jetzt endlich. Ach, Mann ey. Wenn ich den schon wieder sehe, ne? Na komm her. Ja. Bei dem muss man sich ja immer fragen, ob man denn überhaupt Schaden macht. Bis dann überhaupt mal hier was passiert. So. Haben wir es dann. So. Jetzt auf die andere Seite. Hier das Ding auch nochmal aktivieren. Keine Chance mehr. Oh, ich bin im Strasse. Hm. Ach, Mann ey. Eigentlich geht es auch ohne Strasse. Wenn das klappen würde. Ja. Jetzt. Hä. Ja. So. Dann speichern wir noch einmal. Hier auf. So. Speichern. Und weiter. Auf in die nächste Arena-Kampf. Puh. Freue ich mich ja schon richtig drauf. Merkt man das eigentlich, dass ich mich drauf freue? Da liegt wieder irgendwas. Da spielt jetzt hier so komische Musik. Mann ey. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ein Energieknoten. Dann komm mal mit. Und in den nächsten Raum. Dass hier mal keine Viecher gekommen ist, wundert mich ja jetzt echt. Dafür bekommen jetzt wahrscheinlich umso mehr Viecher. Oder haben wir es jetzt endlich? So. So. Öffnen. Oh. Oh. Was. zur Hölle ist das? Ah. Super. Das kann ja nichts werden. Da sehe ich einen Bosskampf. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es. Hier kann ich rüberlaufen. Bevor ich mich da jetzt hinbegebe, will ich erst mal die ganzen Kram mitnehmen. Na komm. So. Hier noch was zu mitnehmen. Natürlich kommen wieder Viecher. Komm her. Du sollst herkommen. Stirb. Ach nee, hab ich auch schon wieder, ey. Verpiss dich. Gehst du im Sack. Tentakel auch noch. Alter, wie viel ihr denn? Soll ich die jetzt alle klein kriegen? Kostet doch schon wieder unendlich Muni. Wenn er erst mal das Impulsgewehr aussehen würde. So. Und die letzten. So. Jetzt einmal rüber. Und wahrscheinlich von noch 5.000 Viecher begrüßt werden. Wie ihn zum Beispiel. Wo er auch immer halt eher schon wieder herkommt. So. Was ist das los? Weiter, ey. Ich hab ne, keine Lust mehr, ey. Ach, wenn ich die schon wieder höre, ne? Komm, verpiss dich. Ich hab keinen Bock auf dich. Och, noch so einer. Nee, Alter. Geh weg. Och, jetzt hab ich wieder keine Muni mehr. Jetzt. Friss den hier. Ah. Und weiter. Und weiter. Vielen Dank.